Das Umweltprogramm des Team Strunner. Ein Umweltprogramm für Österreich. Wir leben in einem Land mit intakter Natur, sauberen Seen, hohen Bergen und einer einzigartigen Landschaft. Die Erhaltung unserer Umwelt liegt uns besonders am Herzen. Deshalb haben wir uns als Team Strunner entschlossen, ein eigenes Umweltprogramm zu entwickeln. Wir sollen und müssen unseren Kindern und zukünftigen Generationen eine bessere Welt hinterlassen. Und wir müssen anfangen jetzt. Doch es wäre nicht Frank Strunner, würde er bei wichtigen Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit, Innovation und globale Verantwortung nicht völlig neue Wege gehen. Die Umwelt ist sehr wichtig. Wir können da nicht nur die Politik alleine entscheiden lassen. Wir haben die besten Köpfe mit den besten Erfahrungen eingeladen, um uns zu beraten. Ein richtig gutes Programm, was für die Zukunft unserer Kinder und zukünftigen Generationen gut sein wird. Es geschieht nicht oft auf der Welt, dass ein Umweltprogramm von Wissenschaftlern entwickelt wird. Und das ist ein enormer Schritt vorwärts. Zwei Monate lang beschäftigten sich neun führende Wissenschaftler und Experten aus sechs Ländern der Welt mit einem Umweltprogramm für Österreich. Viele von ihnen sind globale Vordenker und Pioniere. Wir haben gemeinsam mit führenden Experten ein Umweltprogramm erarbeitet, das es in dieser Form in Österreich noch nie gegeben hat. Dieses Umweltprogramm ist nicht bestückt mit illusorischen Forderungen oder teuren Maßnahmen, sondern mit Punkten, die umsetzbar sind und leistbar sind, sodass wir Österreich ein gutes Stück nach vorne bringen. Die Wissenschaftler hatten bei der Erstellung des Umweltkonzepts völlig freie Hand. Einzige Bedingung, die Strategien sollen konkret umsetzbar sein. Verzicht ist nicht die Lösung. Es geht darum, Qualität und Schönheit zu feiern. Es geht darum, Lösungen anzubieten, wie wir anders konsumieren können, wie wir das Leben nachhaltig gestalten können und nachhaltig wirtschaften. Das Ergebnis ist visionär. Das Umweltprogramm widmet sich Sachthemen wie Rohstoffen oder Produkten, Wasser, Klima, Tierschutz und Energie, aber ebenso Bürgerbeteiligung und stärker Demokratie. Dem Schutz unserer Kinder, Umwelt an den Schulen, die Gründung einer Spezialuniversität und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Das Umweltprogramm des Team Strohner richtet sich vor allem an die Unternehmer, aber nicht mit Verboten, sondern mit Anreizen. Wir haben so viele tüchtige Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land, die möchten wir dafür gewinnen, dass sie mit dabei sind, für eine gute Zukunft zu planen. Und wir möchten sie motivieren, die Umwelt zu berücksichtigen, allerdings nicht auf Kosten der Wirtschaft, denn die Wirtschaft ist der Motor für alles und ist die Basis unseres Wohlstands. Meiner Erfahrung gemäß hat Österreich eine sehr große Möglichkeit, auch international, sicherlich in Europa, aber auch weltweit, als führendes Land begriffen zu werden, nämlich was klima- und umweltintegrierte Systeme betrifft. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir Innovationen in Österreich vorantreiben. Wir wollen ökonomische Unternehmen, die sich sowohl ökologisch als auch sozial engagieren, fördern. Wir wollen Unternehmen und Menschen inspirieren. Das Programm ist sicher bedeutend, weil in diesem Programm eine Verbindung gesucht wird zwischen ökologischen Aspekten und auch einer sanften Technologie. Mother Earth is very, very sick. She's really ill. And it's our job to help Mother Earth get better. That's not just an Austrian problem, it's a worldwide problem. Every country in the world needs to look at Mother Earth and have a little mercy. You know, the chemical companies and all these people who are helping destroy her, the rainforest. That's got to stop, because Mother Earth can't take too much more of what we're doing to her. So whether it's Austria or Bangladesh or Ireland, we're all suffering from climate change. And people are only beginning to take that seriously, I think, really seriously now, because they feel it. In einem sind sich alle Wissenschaftler einig. Also als Zukunftsforscher muss ich sagen, dass das Wichtige ist, das sieht man am Thema Klimawandel, dass wir handeln müssen, dass es nicht weiter darum geht, neue Fakten zusammenzustellen, sondern dass wir jetzt wirklich ins Handeln kommen müssen. Ein gutes Umweltprogramm, das auch umgesetzt wird, ist das Fundament einer guten Wirtschaft. Österreich kann sich nicht leisten, auf die Zukunft unvorbereitet zu sein. Ich wünsche dem Team Strohnach Begeisterung, Durchsetzungsvermögen und Erfolg mit diesem Programm. Ich wünsche dem Team Strohnach ein erfolgreiches Umweltprogramm, das umgesetzt wird und das Fundament aufbaut für eine blühende, nachhaltige Wirtschaft für Österreich. Diese Pioniere verbessern die Welt, verändern die Welt und das ist auch unser Ziel, unser Ziel für das Programm von Team Strohnach. Wir brauchen intelligente Lösungen, damit die Wirtschaft und der Natur in Balance leben können. Und deshalb versuchen wir mit den besten Köpfen und mit den besten erfahrenen Experten Lösungen zu finden, damit wir unserer Jugend und zukünftigen Generationen eine bessere Welt hinterlassen. Umweltanliegen brauchen in der Politik erfahrene Persönlichkeiten. Und Frank Strohnach ist eine solche Persönlichkeit. Frank Strohnach Frank 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 Strohnach Frank Strohnach Frank Strohnach Frank Strohnach Backen wir es gemeinsam an. Jetzt.